Oh, Junge, hab ich Furzanfälle, Alter. Also waren es doch vierte. Alter, wie hat sich das denn angehört? Wow, nice. Hell to hell. Roman, du musst mich retten, du bist verfolgt. Nice, sehr gut, sehr... Ob das von hinten hier keiner kommt? Klein durch. Kitchen, 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 kitchen. Ja. Noch zwei. Er war da gerade kurz. Sehr schön. Sehr gut. Noch einer. Was? Scheiße. Ich hab ihn links nicht mehr steppen gehört. Ja. Too long, Leckner. Nichts. 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 Schieb abzuschieben. Wow. Außen. Radio. Pushing. Bob down. Lobby. Was ist so witzig, Digga? Was kannst du mich zu erinnern? Was? Ach, nicht. Ich hab ihn auf den Maul. Nachricht! Ich hab ihn auf den Maul. Oh, was? Beim Bell? Oh nein. Kommt der? Ja. Was ist... Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab's da am Mord rein. Geh weg! Hahahaha! Halt's auf, Casper! Halt's, ob das ein Northcorp Headshot war. So. Ohaah! Kein Hatter! Oha, Roman! Alter, das sieht grad geil aus, Junge. Das war mir auch... Alter, weißt du was? Äh... Mein... Mein Buggy Game goes both ways. Ich seh grad... Da war ein Gegner. Ich hab geschossen. Ich seh grad... Komm, Leonardo, mach Suicide und renn da einfach rein. Da müsste ein One-Shot sein. Oh! Also, wenn du E-Gay was gesagt hast, hat man sich nicht gehört. Ja. Diffuse? 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 Was? Why didn't you defuse? Diffuse? Digga, Leo, du bist voll schnell. Folge dem Licht! Dann kommst du da raus, Junge. Granatatun! Oh! Aua! Digga! Oh, du willst... die willst du mich echt umbringen. Folge dem Licht! Irgendwie kommt hier raus. Alter, hör auf! Wer ist das vor mir? Ich? Ich? Nee, warte. Alter! Nee, warte. Los, renn, Roman! Fette Sau! Ach, ich hab sogar... Ich hab auch ne Pistole, Alter! Ne Pistole, Alter! Digga! Komm mal auf! Ich bin echt was tot! Was ist in love? Führt euch! Ich hab keine Position! Ich bin doch... Oh mein Gott, Jungs, ihr holt ihn, wisst ihr? Warum... warum tut ihr den ganzen Tag nicht immer raus? Das eine Mal, weil ich... Das war... ich hab ihn auch so... Alter, ihr seid... Jungs, was macht ihr denn, Alter? Oh mein Gott, Alter, was macht ihr? Digga, da bohrt er jetzt endlich durch! Digga, da ist doch ein anderer Weg, Mann! Warum laufen die nicht da lang? Weil der hier schneller ist, weißt du? Wir würden hier auch durchkommen, kannst du mal, wenn ihr nicht so scheiß machen würdet, Alter! Ich hab gar nichts gemacht! Ich bin drin, wir schaffen die Mission, mir ist scheißegal, was ihr macht! Ich hab gar nichts gemacht! Ach Digga, Mann! Du hast mich aufgedacht geschossen, einmal am Baul! Ich hab dich einmal außerdem mit der Granate abgerufen! Ach, Mann! Ihr seid alle gedowned, Alter! Ach, mein Gott! Der will nicht hier helfen, uns von... von zwei Leuten die Scheiße aufzuräumen, Alter! Ich bin nur noch... Ich bin... ich hab einfach nur Leo gefolgt! Das wildste von mir! Du und Clemens haben ganze Zeit auf Romann geschossen! Nein! Ich hab einmal... Soll ich... soll ich F... Alt F3 drücken? Nice! Nice! Ohhhh... Ah! Ohhhh! 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 Ich mach die doch alle kaputt, Mann! Ach, Mann! Ah, du wohnst! Junge, fick die Mensch, ey es ist für geil! Ohhhh! Oh, Jummel! Jawoll! Sohn Hart, gerade! Der Wichser. Ah ne, er hat eine Waffe gekauft. Warum habe ich eine M4 von Roman? Wer hat meine AK genommen? Ich rotate zu Dingels. Ich bin gekommen, ich rotate zu Dingels. Ich komme nicht da hoch. Ah nein. Du Arschloch. Du hast fast gestorben. Oh mein Gott. Ich denke sie hacken jetzt. Oh scheiße. Boah, Alter. Was macht ihr die Scoreboard? Nummer 1. Die Kui. Ich bin doch am Surfen. Obwohl ich es nicht mag. Kannst du mir hier eine Plattform machen? Alter, was ist denn das? Ey, was schießt du auf mich? Weil du auf mich geschossen hast. Ja, weil du auf mich geschossen hast. Lügenpresse. Halt die Fresse. Machst du mir jetzt deine Plattform hin? Ja, ich habe die Markierung nicht gesehen. Ich so, Roman, das ist nur schlecht fürs Team. Du bist schlecht fürs Team, du. Unreliable. Unreliable. Mach mal da, mach mal eine Plattform hin. Was denn? Was denn? Markier doch, du Nutzensohn, Alter. Hab ich doch, du Spaß. Ja, man sieht es am meisten. Ich markier es doppelt Arschloch, Alter. Jetzt kriegt die Klopfen kaputt, ich möchte doch mal hin. Ja, Alter. Ja. Oh, hallo. Hehehe. Hehehe. Mann, du bist so schön. Kannst du in die... Kannst du in die Alokar? Alokar. Oh, jetzt, es ist. Jaaaa! WELCOME TO THE FUNNY GAME SHOW. WELCOME TO THE WINNER GAME SHOW. WELCOME TO THE WINNER GAME. Ich hab kurz den A-Bot aktiviert, Digga. So what you say is what you get.